Willkommen zu meinem Talk. Erwaking Awareness, WPA2 oder wir öffnen, ich hacken die Tür. Ich will heute ein bisschen über WPA2 sprechen und was gibt es da, wie funktioniert das, was gibt es für Sicherheitsstandards etc. Ja, ein bisschen zum Ablauf. Wir wollen sicheres WLAN, so ein bisschen okay. WPA2 Enterprise, was ist das, wie funktioniert das? Ein bisschen eine Übersicht darüber. Was sind die Probleme davon, was gibt es für Implementierungsschwierigkeiten, Fehlkonfiguration etc. Ein kleines Proof-Konzept aus schon sehr alten, meiner Meinung nach, verfügbaren Open-Source-Tools. Was sind die Folgen von diesen Möglichkeiten, was man da hat bzw. was könnten Firmen damit für Probleme haben? Am Schluss will ich noch ein bisschen auf Fragen eingehen und mögliche Unstimmigkeiten klären. Allgemein, wenn es zum Thema passt, könnt ihr dazwischen fragen, sonst würde ich sagen, am Schluss das Ganze zu erledigen. Ein bisschen über mich. Ich bin Norbert Sommer. Ich bin momentan in Wien im Bachelorstudium für Software & Information Engineering dran. Ihr könnt mich per E-Mail, Twitter etc. erreichen. Ja, wir lieben WLAN. Jeder benutzt hier WLAN, glaube ich. Es gibt hier nicht viele Ausnahmen. Es verbreitet sich auch immer mehr, auch im allgemeinen Consumer-Bereich. Also ich glaube, es gibt nicht mehr viele Zwölfjährige, die kein WLAN mehr benutzen. Beziehungsweise benutze ich auch bei meiner Universität und über meinen ISPI ein WLAN, das WPA2 Enterprise. Eine kleine Übersicht über die verschiedenen Autifizierungsmethoden bei WLAN. Es gibt offen, das ist halt klar unverschlüsselt. Das ist, ja, man kann passiv mitsniffen, beziehungsweise man kann auch aktiv einen Fake-Hotspot aufmachen und so eine Mittel machen etc. Aber noch nicht gebrochen. WP ist schon seit langem gebrochen und kann mit Aircrack etc. mit einfachen Tools innerhalb von wenigen Minuten geknackt werden. WPA2 1 und 2 PSK ist vor allem im Home-Bereich verbreitet und ist meiner Meinung nach teils gebrochen, da mit heutigen Grafikkarten doch schon relativ hohe Hashrates gezielt werden können, so Wörterbuchattacken etc. doch effektiv sein können. Zu WPA2 Enterprise gilt allgemein alles relativ sicher. Auf das will ich jetzt ein bisschen genauer eingehen. Wir wollen eigentlich WPA2 Enterprise. Es bietet sehr viele Vorteile im Vergleich zum WPA2 PSK. Einer größten Vorteil ist allgemein, man hat mehrere Benutzer. Man kann so Rollen verteilen, man kann Benutzerrechte zuteilen und wieder entziehen, was halt vor allem in größeren Infrastrukturen sehr wichtig ist. Man kann VLANs damit beschränken, so auf verschiedene Netzwerkstrukturen Zugriff geben oder nicht. Es werden verschiedene Autifizierungen unterstützt, unter anderem Zertifikate, Passwörter, One-Time-Pates etc. Der Anwendungsbereich ist dabei halt vor allem größere Firmen, Universitäten und Internet-Provider. So ein bisschen zum Aufbau. Man hat ein Laptop oder sonstiges Endgerät und verbindet sich zum Access Point. Dabei funktioniert das über AirPol. Das ist eigentlich halt der unterste Leer beim WLAN. Der Access Point verbindet sich zu einem Radio-Server und autifiziert sich dem gegenüber. Dieser antwortet drauf und der Client baut danach eigentlich einen verschlüsselten Tunnel über den Access Point zum Radio-Server auf und autifiziert sich über den. Also ein bisschen zum zeitlichen Ablauf, wie das Ganze aufgebaut ist. Zuerst sagt der Client eigentlich dem Access Point, ich will mich verbinden. Der fordert daraufhin eine sogenannte Anonyme-Identität an. Diese wird daraufhin dem Access Point mitgeteilt und über diese Anonymität wird der entsprechende Radio-Server gesucht zu dieser Art von Identität. Also es geht da meistens um verteilte Radio-Server-Systeme wie MedROM. Dass man sagt, okay, die Universität selber kümmert sich für den Login der eigenen Studenten und so kann über die Domain festgestellt werden, zu welcher Universität gehört dieser User. Diese ist aber komplett unabhängig vom eigentlichen Login-Prozess. Nachdem der Radio-Server daraufhin zugeteilt worden ist, fordert er den Client auf, sich zu autifizieren und es wird über einen Tunnel im Normalfall autifiziert und wenn diese erfolgreich ist, bestätigt dies der Radio-Server dem Access Point und dieser gewährt daraufhin dem Client Zugriff auf das Netzwerk oder auf das Internet. Zur Autifizierung, da gibt es im Normalfall zwei Phasen. Also beim E-App, das ist das Extendable Autification-Protokoll. Ein weiteres verbreitet ist eigentlich P-App. Das ist ein Microsoft-Standard, beziehungsweise Tunnel-TLS oder auch kurz TT-TLS. Das ist eigentlich die offene Verrante zu P-App. Sie funktionieren im Großen und Ganzen sehr ähnlich. Sie basieren beide auf dem X501-Standard und bauen eine TLS-Verbindung auf. Was dabei halt wichtig ist, es muss halt eine funktionierende PKI-Struktur vorhanden sein, damit ein Zertifikat überprüft werden kann. Bei TLS ist zur Ausnahme zu den anderen zwei Protokollen nur einphasig, weil dabei mit dem Client-Zertifikat automatisch auch die Autifizierung gemacht wird. Bei der zweiten Phase ist die eigentliche Autifizierung. Dabei gibt es, also der weitest verbreitete Standard ist MS-Jub V2. Das ist auch ein sehr alter Microsoft-Standard. Ich glaube, was ich nachgelesen habe, aus 98er-Zeiten. Da wird noch so mit MD4 und DES gearbeitet, aber dazu später mehr. PAP ist auch ein uraltes Modem-Zeiten. Das ist eigentlich nur Plaintext, Benutzname, Passwort. Es gibt noch weitere, aber diese sind wieder nicht von allen Clients unterstützt beziehungsweise haben ja eigene Schwächen wie MD5. Okay, ist auch nicht gerade das Goldige von mir. Beziehungsweise fehlt bei MD5-Challenge. Das basiert auf der MD5-Digit und da ist auch kein Salt dabei. One-Time-Passwort wäre relativ sicher, wenn es gut umgesetzt ist, aber hat halt den Nachteil, dass man einen speziellen Client braucht und dieser ist wieder sehr selten unterstützt. Ja, what could possibly go wrong? Jeder kennt das Problem einer Puppy-Key-Infrastructure. Also so, ja, wie werden Zertifikate verteilt? Also irgendwie muss jeder Client überprüfen, okay, ist das wirklich mein Server? Also es müssen Fingerprints oder Root-Zertifikate ausgetauscht werden. Die ist sehr aufwendig und für den User umständlich, sagen wir mal so und es wird halt öfters nicht gemacht. Die aktuellen Clients haben meiner Meinung nach auch eine nicht ideale Benutzeroberfläche, da verschiedene Sicherheitsmaßnahmen meiner Meinung nach zu wenig hervorgebracht werden. Also wenn kein Zertifikat ausgewählt wird, meckert der Android-Client überhaupt nicht und macht einfach weiter ohne Zertifikatsprüfung im Default-Einstellung. Beziehungsweise bei Windows bekommt man, glaube ich, nur noch den Fingerprint und kann kein Zertifikat mehr manuell auswählen. Bei Apple zeigt da hingegen wieder gar keinen Fingerprint und nur die Zertifikatsinformationen an. Daher, ja, sehr viele verschiedene, meiner Meinung nach schlecht implementierte Clients. Das nächste Problem ist, jeder Client für jeden Hersteller unterstützt wieder andere Standards. Man sieht es wie überall auch, Proportär ist bei den großen Firmen gern gesehen, Open Source in der Linux-Community. Mac hat wieder einen Mix aus beidem. Ja, auf was will man sich jetzt festlegen? Will man Windows unterstützen und führt MSJub4 2 ein? Oder will man mehrere Clientsupporten, muss man wieder verschiedene Autofizierungsmöglichkeiten unterstützen, hat so einen großen Wartungsaufwand, etc. Auch ein großes Problem, wie gesagt, der aktuelle Standard ist MSJub4 2. Es ist eigentlich kein wirklicher besserer Standard, weit verbreitet bis auf TLS, aber Client-Zertifikate verteilen ist auch für den User sehr umständlich beziehungsweise kommen damit viele einfach nicht klar, weil die Clients daraufhin einfach umständlich ausgelegt sind. Weil es auch noch ein sehr großes Problem sind, da es so viele verschiedene Standards gibt, die aber größtenteils schon gebrochen sind oder komplett veraltet, aber immer noch in Unterstützung sind, sind auch Downgrade-Attacken möglich. Ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht so stark auseinandergesetzt, aber ich denke, dass da vielleicht auch noch was möglich wäre. Also ein gutes Beispiel ist halt zum Beispiel, dass wenn jetzt eine Autofizierung nicht möglich ist, dass ein Benutzer versucht, irgendwas anderes auszuwählen und so zum Beispiel die Plaintext-Autofizierung wählt, anstatt eine verschlüsselte. Ja, zum Proof-Concept. Ich habe auf der Veranstaltung ein Fake-WLAN laufen lassen und darüber versucht, Zugangsdaten mitzusniffen. Vielleicht hat es einer oder andere bemerkt, es war hin und wieder ein Uni-WLAN oder anderes WLAN sichtbar. Dieses hat sich zwar als normales WLAN ausgegeben, hat aber keine Verbindungen akzeptiert, aber sehr wohl die Autofizierung aufgezeichnet. Also wenn ein Client richtig konfiguriert war und einen Zertifikats-Check gemacht hat und das Ganze überprüft hat, gab es keine Probleme. Dann kam einfach Error, okay, Zertifikat ist not valid und hat wieder disconnectet. Aber denen, die das nicht hatten, hat sich versucht, der Client einzuloggen. Das Ganze ging über eine gepatchte Host-App-Version, das nennt sich Host-App-WP. Das ist von der Open Security Research Gruppe. Die haben das, glaube ich, vor vier Jahren oder so mal auf GitHub veröffentlicht. Also es ist wirklich eigentlich nichts Neues, aber funktioniert wunderbar, um für so verbreitete WLANs, Zugangsdaten etc. mitzusniffen. Wie wir festgestellt haben, ist MS-Job-V2 eigentlich mehr oder weniger die sicherste Art und Weise, sich zu autifizieren. Dabei wird bei mir beim Host-App also eine Art dieses Passwort-Schema dargestellt. Dabei sieht man jetzt halt Foo ist der Benutzername, Net-Ntml ist halt das Format und dann hat man einmal die Challenge und dann einen Response. Das sind die zwei Hacks-Zahlen da, wo über ein Dollar getrennt sind. Ja, weil man halt auch ein bisschen mobil sein will, okay, das Ganze mal auf Android portieren, also halt laufen lassen. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Android routen, Change Route mit Debian machen und ein paar Tools installieren, Git compilen und los geht's. Also man kann damit perfekte Hub-Bahn durchlaufen etc. und bekommt von anderen Leuten, die sich einfach automatisch einloggen. Ja, okay, jetzt haben wir einen Hash. Mit dem Hash kann man nicht wirklich viel anfangen. Also das ist irgendwie so eine Kombination aus MD4 im UTF-16-Format, also die Eingabe und das dann als Key für das. Also ja, man kann sich zwar einfach zurückverfolgen, darum Brutforcen, also mit Wörterbüchern etc. So ein bisschen mal, ja okay, wie alt ist der Hash? Mit einer heutigen, also mit einer E7-920, also er ist vier, fünf Jahre alt, bekomme ich jetzt mit allen Kernen 17 Megahashes her. Das sind bei sechs Stellen Groß-Kleinschreibungen Null bis mit Zahlen sechsstellig circa eine Stunde Worst Case. Also okay, not bad, but es könnte besser sein. Also ein bisschen gegoogelt, ja, machen wir mal auf der Grafikkarte das Ganze. Ein bisschen anderes Format. Ja, man kommt auf circa 2,1 Gigahashes mit einer älteren Grafikkarte, mit modernen 89er GTX bin ich glaube ich bei 10 Gigahashes. Das große Problem bei diesen hohen Hashrates, man kann nicht mehr gescheit mit Wörterbüchern arbeiten, weil der PC-Pass zu klein ist. Also halt die CPU kann zu wenig Daten an die Grafikkarte senden. Also man musste eigentlich nur noch mit Pattern etc. arbeiten. Ja, freundlicherweise konnte ich von ein paar Leuten noch einen zweiten PC ausleihen. Daraufhin haben wir zusammen circa 5 Gigahashes gehabt und vier Tage Raumheizung betrieben. Ja, die schönste Variante kommt eigentlich von Moxi. Leider habe ich dazu nicht die Spezial-Hardware. Der hat 2012 eine Angrisart auf MS-Jab4 2 vorgestellt, die nicht durch komplettes Brutforcen des kompletten Algorithmus arbeitet, sondern über einen Testknacker das MD4-Passwort wiederherstellt, das, was der Benutzer verwendet, um sich zu autifizieren. Daraufhin kann das MD4-Passwort in Rainbow Tables nachgesehen werden und so ein Passwort im Worst Case in circa zwei Stunden knacken oder so. Also das geht dann auch auf fast beliebige, weil Rainbow Tables für Net Intimation sehr verbreitet sind, also auch gratis, glaube ich, 0 bis 9 Zeichen sind, so ein Terabyte oder so, auf Free Rainbow Tables. Also das geht dann ziemlich einfach. Ja, ich hoffe, euer Passwort ist jetzt nicht dabei, das sind jetzt so die Passwörter, was ich in letzter Zeit zusammenbekommen habe. Ein bisschen Übersicht zu machen. Ich hoffe, also jeder, wo sich da betroffen fühlt, bitte euren Provider ansprechen. Ja, ändert mal bitte euer Passwörter. Das war jetzt zwei Grafikkarten circa fünf Tage ihrer Händleistung. Was? Ich habe jetzt keine genaue Statistik erstellt, es waren circa, also es war, es kommt sehr selten vor, dass ein Client sich veräigert, sich zu autofizieren. Aha, ich glaube, das waren so um die 40, gesniffed habe ich circa 200. Also, ja, es sind, ja. Kannst du mal gleich gucken, ob meine dabei war? Ja, kannst du noch mal kurz? Nee, da passt doch gar nicht drauf. Aha, ja, also, wie gesagt, ich habe jetzt per Wörterbuchattacken und Pattern gearbeitet, als über acht Sachen wird ziemlich langwierig. Also, ja, das können wir nachher später nachsehen. Also, ich habe noch ein paar Logdateien übrig, aber ich habe es nicht vorbereitet. was sind die möglichen Folgen davon? Meiner Meinung nach empfällt eigentlich so die Störerhaftung komplett, weil spätestens mit dem Cloudcracker von Moxie jedes Passwort knackbar ist. Also, eine wirkliche Autifizierung ist das nicht mehr meiner Meinung nach, sondern eigentlich, ja, es ist eine Art von Einloggen, aber es kann von jedem anderen auch genutzt werden. Das ist aber auch nicht wirklich das Schlimme. Das wirklich Schlimme ist es, wenn dieses Passwort auch noch mit anderen Diensten verknüpft ist. Also, sehr oft in Firmen wird das WLAN-Passwort mit über ein Active Directory verknüpft und somit wird das gleiche Passwort wie für das WLAN auch für die ganzen Firmendaten, E-Mail-Adressen etc. genutzt. Also, dabei passiert nicht nur, also, man bekommt nicht nur Zugriff auf, dass man eine Mane-In-Mittel machen kann, sondern auch wirklich auf viele Daten der Firma. Das ganze Problem ist natürlich auch bei anderen Instituten, Universitäten etc., dass man zum Beispiel sich als Student einloggen kann oder als andere Personen. Ja, mit dem Passwort kann man auch in die Netzwerke eindringen, Netzwerke genauer scannen, Zugang auch zu Anlagen oder Devices bekommen, die eigentlich nicht vorgesehen sind. Ja, der kleinere Angesweck, der ich jetzt nicht so schlimm finde, Man-In-Mittel, aber an sich sollte der Traffic so ausgelegt sein, dass alles außerhalb des Devices eh unsicher ist. Von dem her ist Man-In-Mittel Hilfe Ja, es gibt ein paar Möglichkeiten So erstens mal würde ich sagen Self-Sense Zertifikate machen Viele benutzen Public CRs Das hat einen Nachteil, dass zum Beispiel Android mittlerweile mitbekommen Network Manager und andere Linux Clients können das über Konfig Detail lösen, aber allgemein ist nirgendwo ein Domain Check eingebaut. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Komodo ein Zertifikat ausstellt und dort ein anderes valides für eine beliebige Domain ein Zertifikat ausstellt, ist dieses auch für WLANs gültig. Ja, was auch noch dazu kommt, dass viele Clients kein Datums Check machen, also ist dieses Zertifikat abgelaufen oder nicht, also da hapert es bei vielen Client auch noch. Aber dort zum Selbst Sein ist eigentlich die einfachste Variante, um dem alle zu hingehen. Um dem Benutzen das Ganze ein bisschen zu erleichtern, gibt es ein paar Tools, wie zum Beispiel vorkonfigurierte Windows Netzwerkkonfigurationen, verschiedene Open Source Apps, auch vom CCC, um sich für Netzwerke mit Zertifikatscheck einzuloggen. Also für die ganzen Kongresse haben die eine App geschrieben, um sich in das WLAN einzuloggen. Ich glaube, es wäre nicht so viel Aufwand, da Benutzername und Passwort dazu zu bekommen. Und auch ganz wichtig zu zwingen, dass für das WLAN und für andere Netzwerkzugänge ein anderes Passwort als für den restlichen Diensten benutzt wird, das Passworten einfach durchgehend gesendet werden und einfach abzufangen sind. Ja, das sind ECA zusammen Workarounds, wo nur den Abmessentoren und Benutzer das ganze Leben schwer machen. Im Allgemeinen wäre es sinnvoll, bessere WLAN-Standards festzulegen, also irgendwas, wo die Krypto ein bisschen moderner ist als 15 Jahre. Ein sehr vielversprechender Ansatz hat SAP, das ist ein Challenge-Response-Protokoll, das so auf SHA-256 basiert und über eine Art, die für Hellmanaged Key-Austausch macht, aber dadurch einen passiven und aktiven Schutz bietet, also der Server wird autifiziert, Unterklein wird autifiziert, ohne dass das Passwort irgendwie direkt gesendet wird. Damit würde man sich halt die komplette PKI-Infrastruktur ersparen und ja, der Wartungsaufwand wäre praktisch null. Auch noch Vorteile wären, das Passwort muss nicht als MD4 auf dem Server sein. Ja, ich komme schon zum Ende. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, ja, legt los. Applaus Fragen? Okay. Ja, sonst hätte ich noch ein paar Links zu den ganzen Tools, eben von der Open Security Research, John Ripper, OCL Hashcat, das Tool, den Beitrag von Moxi und auch ein bisschen vor ein, zwei Monaten veröffentlichter Beitrag von Heise noch, dass sehr wenige, also gerade Android speziell keinen Zertifikats-Check macht, so. Noch ein bisschen Link-Lister. Okay. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.